Hallo ihr Lieben, ich freue mich ganz doll jetzt endlich, endlich bekannt geben zu dürfen, dass ich in der Neuinszenierung von Disneys der Glöckner von Notre Dame hier im Theater des Westens den Clopin spielen werde. Dieses Engagement ist etwas wirklich, wirklich Besonderes für mich, weil ich bereits vor 18 Jahren bei der Uraufführung von der Glöckner von Notre Dame den Clopin gespielt habe. Und ich freue mich noch einmal so richtig in das Mittelalter eintauchen zu dürfen und diese fantastische Musik von Ellen Menken auf der großen Bühne singen zu dürfen. Kommt, kommt alle zahlreich ab dem 9. April im Theater des Westens.